Und ich glaube, es ist auch eine faire Art und Weise, möglichst viele Leute ins Museum zu lassen, ohne dass wenige viel und viele wenig bekommen, sondern dass alle eine ordentliche Portion Panzer und Kultur bekommen, indem sie halt zweieinhalb Stunden ins Museum gehen können. Herzlich willkommen im Deutschen Panzermuseum. Können wir bald wieder richtig zu Ihnen sagen, nicht nur hier bei YouTube, was ja ganz nett war, so als Ersatz im Winter, sondern richtig im Panzermuseum. Sie sind uns Gäste wieder herzlich willkommen. Wir dürfen wieder aufmachen. Das ist die gute Nachricht. Die mittelgute Nachricht ist, natürlich müssen wir Auflagen erfüllen. Sie, wir, wir gemeinsam, damit das funktioniert. Wie Sie wissen, unterliegen Institutionen, die öffnen wollen jetzt bestimmten Regeln und Vorschriften, die wir gemeinsam einhalten müssen. Und damit das ganz klar ist und nachher niemand sagen kann, ich bin 500 Kilometer gefahren und ich wusste nicht, dass das so und so ist, erklären wir alles hier mal in aller Ruhe, damit glasklar ist, wie ein Besuch bei uns momentan funktionieren kann. Es gibt drei Regeln im Prinzip, auf die man ganz doll achten muss und die auf jeden Fall eingehalten werden müssen. Und die stelle ich Ihnen jetzt der Reihe nach vor. Erste Regel, Sie haben es gelesen, Online-Buchung. Sie müssen, bevor Sie zu uns kommen, Ihr Ticket bereits im Online-Shop gekauft haben. Im Vorfeld. Es gibt keine Tageskasse, es gibt keine Überraschungstickets, es gibt keine Verhandlungen am Counter, weil Sie weit gefahren sind oder es nicht wussten oder nur heute Zeit haben oder vergessen haben, dass Sie das online buchen mussten oder es nicht geklappt hat, weil der Hund den Router gefressen hat. Das wird alles nicht stattfinden. Sie können uns sehr gerne besuchen, aber Sie müssen vorher auf unserer Seite das Ticket kaufen. Und zwar für alle Menschen in Ihrer Reisegruppe. Das ist auch deshalb wichtig, weil wir nur aufmachen dürfen, wenn wir die Nachverfolgung, falls ein Corona-Ausbruch stattfindet bei uns auf dem Gelände, also falls wir ein Multiplikator, ein Spreader werden, nachvollziehen können, wer bei uns war zu jedem bestimmten Zeitfenster. Kommen wir gleich zu, also zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dazu müssen wir alle Kontaktdaten aufnehmen. Und das haben wir gekoppelt mit diesem Online-Ticket. Das heißt, wenn Sie das Online-Ticket buchen, für sich und Ihre Begleitung, müssen Sie auch gleich alle Kontaktdaten angeben. Sie können das entweder ausdrucken und den Tag mit dabei haben oder als E-Mail schon vorab schicken. Das macht natürlich alles noch viel einfacher und schneller, wie es beliebt. Aber Sie müssen in Kombination Tickets kaufen für die Personen, die mit Ihnen mitkommen oder für sich allein, ist ja ganz egal, und Ihre Daten gleich angeben. Nur so funktioniert das. Nochmal, es wird keine Tageskasse geben, es wird keine schwarze Kasse geben, es wird keine Überredungskünste geben, die bei uns wirken. Wir müssen da hart sein. Es ist einfach eine glasklare gesetzliche Vorgabe und dann die haben wir vor uns zu halten. Das war also das Erste. Online-Buchen und die gesamten Kontaktdaten aller Personen, Ihrer Gruppe, Ihres Paars oder nur von Ihnen, bereit halten, entweder als Ausdruck an dem Tag nochmal mitbringen oder als E-Mail vorab schicken. Das war das Erste. Der zweite Punkt, warum das so enorm wichtig ist, ist, dass wir nur eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen überhaupt einlassen dürfen. Wir haben nun das Glück, dass wir ein richtig großes Haus sind mit ganz viel überdachter Fläche, noch dazu mit hohen Dächern, was natürlich viel Luftvolumen geht und deswegen für Ihre Sicherheit sehr gut ist. Aber die Berechnung läuft über die Fläche. Wenn wir unsere überdachte Fläche, ungefähr 700.000 Quadratmeter, nehmen und davon die Standflächen der Panzer abziehen, was wir müssen, weil sie sich ja schlecht aus dem Weg gehen können, wenn dann T-55 im Weg steht, dann kommen wir auf eine gewisse Quadratmeterzahl, die man dann noch mit einem anderen Faktor teilt und dann kommt man auf eine gewisse Kopfzahl, die man beherbergen darf zum jeweiligen Zeitpunkt. Und die Mehrfachbesucher unter Ihnen werden sich erinnern, das war im letzten Jahr so 380. Das ist jetzt nochmal halbiert worden im Winter. Das werden Sie alle erlebt haben, wenn Ihr im Supermarkt, nämlich die Zahl der Leute, die gleichzeitig einkaufen durften, einfach halbiert hat. So, diese Regelung gilt noch immer und die ist ja für diejenigen, die reinkommen, auch ganz komfortabel, weil das bedeutet, dass Sie einfach verdammt viel Platz im Museum haben und alle Sachen in Ruhe sehen können. Also ruhig positiv drehen, diese Obergrenze ist zwar hart und auch streng, aber sie ist eben nicht nur schlecht für Sie, sondern auch gut. So, wo liegt die? Die liegt momentan bei 175 Besucherinnen im Museum. Das ist eben diese Fläche, durchgerechnet auf Köpfe, minus die Crew, die sowieso immer da ist. Wir sind ja auch da. Virus macht keinen Unterschied zwischen Ihnen und uns. So, dass wir zu jedem bestimmten Zeitpunkt maximal 175 Leute im Museum haben dürfen. Übrigens auch in bestimmten Räumen nur eine bestimmte Menge. Also beispielsweise vorne in der Lobby nur ein Dutzend ungefähr. Also Sie kriegen dann so Schilder, wo immer draufstehen, wie viele Leute sich wo aufhalten dürfen, aber das Museum ist ja nochmal unterteilt. In den Hallen ist es zum Glück ganz egal und draußen haben Sie auch genug Platz und Luft, um sich zu entspannen und die Freiheit zu genießen. Genau, so, also 175 Leute gleichzeitig im Museum. Damit wir das immer im Blick haben können, brauchen wir eben auch diese Online-Tickets. Denn nur so können wir sicherstellen, dass wir nicht einfach mehr Karten verkaufen und sie dann draußen im Regen stehen müssen und warten müssen, dass sie reinkommen. Das wäre auch bescheuert. So, das ist also der zweite Punkt, der bedacht werden muss und warum wir die Online-Tickets brauchen. Und weil das beides so ist, weil wir nur mit Voranmeldung arbeiten können und nur eine sehr begrenzte Besucherzahl oder Besucherinnenzahl haben dürfen gleichzeitig im Museum, haben wir uns entschlossen, Zeitfenster einzurichten. Zeitfenster bedeutet, Sie können das Museum besuchen, wenn Sie eine Karte gekauft haben und diese Karte ist gültig für ein Zeitfenster. Die Zeitfenster, für die wir uns entschlossen haben, sind 10 Uhr bis 12.30 Uhr, 12.30 Uhr bis 15 Uhr und 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr. Das bedeutet, ja, nach zweieinhalb Stunden ist Ihr Museumsbesuch vorbei. Ich weiß, es gibt viele von Ihnen, die gerne vier oder fünf Stunden im Museum verbringen. Das ist wunderbar, das finden wir ganz toll in normalen Zeiten. Die Zeiten sind aber nicht normal. Wir können nur sehr wenige Besucherinnen gleichzeitig im Haus haben und deswegen müssen wir einen gewissen Durchlauf schaffen, damit wir nicht pleite gehen in dieser Situation, weil 100 oder 150 Leute stundenlang da drin sind und die anderen Leute vor der Tür stehen und warten und nicht rein können. Ich weiß, dass es blöd ist, aber wir haben uns entschlossen oder haben gedacht und denken auch immer noch, besser so, besser zweieinhalb Stunden durch die Panzerhallen gehen und die Objekte nochmal sehen, gerade für die Stammbesucher, die man sehen will und genießen können, als gar nicht reinzukommen, denn das wäre die Alternative gewesen. Also, Zeitfenster von zweieinhalb Stunden. Sie buchen, wenn Sie Ihr Ticket kaufen, also kein Tagesbesuch mehr, früher und auch in normalen Zeiten später sind unsere Tickets ja mal Tagestickets für den ganzen Tag, sondern Sie kaufen mit Ihrem Ticket für diese zweieinhalb Stunden das Besuchsrecht. Und nach zweieinhalb Stunden, wie im Schwimmbad, wo man so drei Stunden Besuche buchen kann, müssen Sie das Museum leider verlassen. Wir machen das dann so, weil wir wissen, dass man die Zeit auch mal vergessen kann, dass Sie alle so eine Farbkarte oder etwas Ähnliches ausgängig bekommen, wenn Sie das Museum besuchen. Und nach den zweieinhalb Stunden, wenn dann die Zeit vorbei ist, sagen wir so, die Gruppe Blau, bitte jetzt das Museum verlassen. Und dann machen wir den Überschlag und dann kann dann die Gruppe Rot rein, die das nächste Zeitfenster gebucht hat. Das bedeutet natürlich auch, dass Sie bei Ihrer Reiseplanung darauf achten sollten, dass Sie das so packen, dass Sie möglichst viel von Ihrem Zeitfenster haben. Also, wenn Sie weit anreisen, buchen Sie ein spätes Zeitfenster, damit Sie nicht im Stau stehen bleiben und das von Ihrer Zeit abgeht. Wenn Sie aus Munster kommen oder aus der Region kommen, dann nehmen Sie ein frühes Zeitfenster. Sie haben dann ja keine großen Probleme mit der Anreise. Das sind also die drei Sachen, die wir beachten müssen. Maximalkopfzahl immer im Museum. Deswegen muss in Zeitfenstern gedacht werden und deswegen muss vorab gekauft werden. Ich weiß, viele von Ihnen sind davon genervt. Zu Recht, wir sind alle genervt von dem Mähren, Orga, Komplikationen, Schwierigkeiten, das wir erleben müssen. Wir können Sie nur bitten, ich kann Sie nur bitten, das mit uns zu tragen. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir juristisch aufmachen können. Und ich glaube, es ist auch eine faire Art und Weise, möglichst viele Leute ins Museum zu lassen, ohne dass wenige viel und viele wenig bekommen, sondern dass alle eine ordentliche Portion Panzer und Kultur bekommen, indem Sie halt zweieinhalb Stunden ins Museum gehen können. Wir wissen, dass Sie damit natürlich für das Geld, das Sie bezahlen, etwas weniger bekommen als sonst. Normalerweise bekommen Sie für das Geld eine Tageskarte, da können Sie bis zu acht Stunden im Museum sein. Jetzt bekommen Sie nur einen kleinen Teil davon, nämlich zweieinhalb Stunden. Also wir haben mal eine Umfrage gemacht und wir haben gemerkt, 75 Prozent unserer Besucher sind nach zwei bis drei Stunden wieder raus. 25 Prozent sind drei oder mehr Stunden im Museum. Das heißt, wir glauben, dass wir sowieso der Masse der Besucherinnen und Besucher damit entgegenkommen, ihrem normalen Nutzungsverhalten entgegenkommen. Aber die Wahrheit ist ja, normalerweise hatte man mehr Zeit im Museum für sein Geld, jetzt hat man weniger. Wir bitten Sie, dass Sie das für uns mittragen. Also die Situation ist einfach, wir können nur so aufmachen und wir hoffen, dass Sie uns unterstützen und sagen, als da, die Leute im Panzermuseum machen einen ganz guten Job und dann bleibe ich mal nicht fünf Stunden, sondern mal nur die Hälfte. Aber dafür kriegen Sie das Geld für die Stadtkasse, die ja das Museum trägt und unterhält und so weiter und so fort, für die Lühne und Gehälter, für alles, was gemacht werden muss im Panzermuseum, damit die durch die Zeit kommen. Wir haben das Riesenglück, dass wir als kommunal getragenes Museum sicherer durch die Corona-Zeit gekommen sind als viele andere Häuser. Aber natürlich braucht auch unser Träger-Stadthaus halt die Einnahmen aus dem Panzermuseum. Und deswegen können wir nur auf Ihr Verständnis hoffen, zu sagen, als da nervt total kompliziert und man kriegt nicht so viel Panzer wie sonst, aber ich mache es trotzdem. Das wäre unsere große Bitte. Unsere große Bitte ist auch, dass wenn Sie im Museum sind, wie drücke ich das jetzt aus, bitte halten Sie sich einfach in die Regeln. Das bedeutet, Sie müssen, wenn Sie im Museum sind, eine nach dem Gesetz geregelt medizinische Maske tragen, diese OP-Masken oder eine FFP2-Maske, auch für Ihren Schutz, perfekt. Wir können nicht gestatten, diese Atemschilde, wir können nicht gestatten, die alten Schlauchtücher, die Alltagslappen vor dem Gesicht. All das können wir nicht gestatten. Entweder haben Sie eine Maske, die den gesetzlichen Ansprüchen genügt, oder Sie kommen nicht rein. Ich glaube, nach einem Jahr Pandemie können wir uns alle für einen schönen Museumsbesuch soweit vorbereiten, dass wir das vorhalten können. Was wir auch nicht akzeptieren werden, auf der Basis des Hausrechts, sind Atteste für Maskenbefreiung. Wir verstehen, dass manche Menschen, auch wenn es wenige sind, tatsächlich Gründe haben können, eine Maske nicht tragen zu können. Das akzeptieren wir und tun das auch nicht ab. Wir glauben aber, dass es für den Schutz unserer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und den Schutz der anderen Besucher und Besucherinnen wichtig genug ist, dass wir sagen, dann tut es uns sehr leid, so lange, bis das hier alles ausgestanden ist, können Sie dann in der Zeit nicht ins Museum. Ich weiß, dass das für einige wenige unfair ist, aber wir haben uns entschlossen, dass wir nicht möchten, dass Personen durch das Panzermuseum gehen, ohne eine Maske zu tragen. Wenn man keine Maske tragen kann, dann kann man in dieser Zeit leider nicht in das Museum. Es tut uns sehr leid, aber das handhaben wir so. Und wir möchten Sie abschließend noch bitten, auch wenn das alles nervt, wenn man daran erinnert wird, dass man aus dem Museum raus muss, wenn man vielleicht tatsächlich den Weg angetreten hat und vergessen hat, sein Online-Ticket zu buchen, wenn man zum vierten Mal daran erinnert wird, die Maske wieder hochzuziehen, weil sie runtergerutscht ist und man einfach vergessen hat, sie aufzuziehen, weil man gerade draußen war. All das. Wir möchten Sie herzlich bitten, lassen Sie es nicht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Wir alle haben totales Verständnis dafür, wenn man genervt ist, aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorne an der Kasse, im Shop und in den Hallen sind auch nur die üblichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Museums, die Sie kennen und mögen und die den Laden am Laufen halten, den Sie mögen. Und wir alle setzen die Vorschriften durch, die nun mal da sind und wir können uns gerne beim Bier über die Sinnhaftigkeit einzelner Vorschriften unterhalten. Aber bitte, wenn Sie eine andere Meinung zum Thema haben, lassen Sie es an dem Tag nicht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Genauso wie Leute, die die Kassenkräfte im Supermarkt nicht verdient haben, dass man sie anmeckert oder sonst irgendwo. Wir sind nicht die Bundesregierung, wir sind auch nicht die Ministerpräsidentenkonferenz, wir sind die Leute, die es umsetzen. Und keiner unserer Damen und Herren vorne, um im Jargon zu bleiben, an der Front hat verdient, dafür angemeckert zu werden. Uns macht das auch gar nicht. Wir würden lieber mit Ihnen über Panzer reden, als daran zu erinnern, die Maske wieder hochzunehmen. Aber momentan geht es nicht anders. Momentan ist es ein Paket. Wenn wir über Panzer reden wollen, dann müssen wir alle eine Maske aufhaben, damit wir über Panzer reden können. Und damit sie reinkommen, um die Panzer zu sehen, müssen sie vor ein Online-Ticket buchen und ihr Zeitfenster wahrnehmen. Das nervt, aber es geht nicht anders. Ich sage das hier alles einmal so ausführlich, weil es eben auch immer, das vergessen manche manchmal, eine zwischenmenschliche Geschichte ist ins Museum zu gehen. Wir sind auch alle Menschen. Wir würden auch lieber ohne Maske Hand in Hand mit Ihnen durchs Museum springen und laut singen darüber, wie die Panzergeschichte verlaufen ist. Also um sich jetzt mal extrem zu treiben, etwas humorig. Aber es geht halt gerade nicht. Ein Punkt, der auch wichtig ist, es wird vorläufig keine Führung geben, weil Führungen ja natürlich genau das Gegenteil von dem sind, was wir wollen. Wir wollen, wenn die Leute ins Museum kommen, durch die Zeitfenster und die Kontingentierung erreichen, dass sie voneinander wegkommen und sich voneinander distanzieren können und Ruhe sicher den Museumsaufenthalt zu genießen. Und dann ist es ja blöd, wenn sie alle zusammenkommen müssen mit lauter Fremden in einer großen Gruppe, damit sie die Museumsführerin oder den Museumsführer verstehen. Wir arbeiten da an was. Die erfahrenen Museumsleute unter Ihnen kennen bestimmt diese Funksysteme, mit denen man die Stimme eines Sprechers oder einer Sprecherin per Funk in Headsets für alle Personen übertragen kann, sodass die Gruppe sich entzerren kann und über weite Strecken verteilt stehen kann, um trotzdem einer Führung zuzuhören. Da sind wir gerade dabei, den Workflow zu entwickeln, wie das funktionieren kann. Das gibt es aber noch nicht. Also gehen Sie erst mal davon aus, wie auch zu den letzten Hochzeiten von Corona immer, dass es keine Führung geben wird. So ist der Stand der Dinge. Wir gucken mal, ob wir da irgendwas machen können. So, das sind hoffentlich alle wichtigen Fakten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir geben alles immer wieder kund bei Facebook, bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter, auf unserer Webseite und so weiter. Informationen sind immer da. Und wir bleiben auf dem aktuellen Stand. Informieren Sie sich, dann werden wir alle glücklich. Wir versuchen immer, alles so schnell wie möglich rauszugeben, wenn sich was ändert. Hoffen wir, dass die Inzidenzwerte sich so entwickeln, wie wir uns das alle wünschen, nämlich nach unten. Der Heidekreis ist ein inzidenzmäßig sehr ruhiges Gebiet, sehr ruhiges Gelände. Insofern haben Sie da einen Ort, an dem man mit einem ruhigen Gewissen fahren kann. Solange, und das ist nochmal die Aufforderung, wir alle uns in alle Regeln halten, vielen Dank. Und das ist nochmal die Aufforderung, wir alle uns in alle Regeln halten.